Die Klinik ist hier gut organisiert, alles sehr nette Leute und man fühlt sich in der Dentaprime wirklich herzlich willkommen. Ich denke, hier ist alles ziemlich straff organisiert. Man hat manchmal zwei Semillen am Tag und dann ist man eine Woche hier und hat ganz viel schon erledigt, wo man zu Hause einfach viel mehr Zeit aufopfen muss. Dentaprime ist für mich eine absolut gute Klinik. Man fühlt sich wohl, es sind kompetente Leute hier und ja, ich gehe wirklich nicht ganz zum Zahnarzt, aber hier ist es kein Problem.